So, liebe Freunde, hier ist wieder die Silbenfee mit einem neuen Beitrag. Und zwar soll es heute auf vielfachen Wunsch, also obwohl so viele sind wir ja nicht, also auf mehrfachen Wunsch um das römische Theater gehen, in der Antike natürlich. Die Theaterspiele hatten ursprünglich religiösen Charakter. In Rom fanden die ersten Theateraufführungen im Jahre 364 vor der Zeit statt. Anlass war eine vorangegangene Seuche und die öffentlichen Spiele, die sogenannten Ludi Publici, sollten nun eine Opfergabe für die Götter darstellen. 240 vor der Zeit wurden erstmals griechische Tragödien und Komödien ins Lateinische übersetzt. Man passte sie dem Geschmack des römischen Publikums an, bei dem die Beliebtheit der neuen Vorstellungen schnell zunahm. Es gab Aufführungen der Ludi Greki, das heißt griechische Spiele, also nach griechischem Vorbild, und der Ludi Romani, römische Spiele. Ludi sind Spiele, Ludus das Spiel. Bis Mitte des ersten Jahrhunderts vor der Zeit gehörten zu den römischen Theateranlagen lediglich provisorische Bauten aus Holz, die nach der Vorstellung sofort wieder entfernt wurden. Ein Holzbau habe ich nicht, das hier ist schon eine spätere Form aus Stein. Das ist jetzt allerdings das Dionysos Theater in Athen. Das habe ich aufgenommen, weil es von Josef Kirchner ist, von 1891, deutscher Künstler. Und die Römer haben ja ihre späteren Theater nach griechischem Vorbild auch gebaut. Jetzt sind wir aber noch bei den provisorischen Bauten aus Holz. Sie, also die provisorischen Bauten aus Holz, bestanden aus einem Podium für die Schauspieler, Bänken für die Zuschauer und manchmal auch einer Tribüne. Ab Mitte des zweiten Jahrhunderts vor der Zeit gab es sogar nur noch ein Podium für die Schauspieler. Das Publikum musste stehen. Diese Entscheidung war einem Beschluss des Senats zu verdanken. Die Senatoren versuchten, das Theater wegen des oft obszönen und anstößigen Inhalts der Stücke abzuschaffen. Vielleicht hat es wegen dieser Einstellung der Senatoren auch so lange gedauert, bis der erste steinerne Bühnenbau von Pompejus 55 vor der Zeit errichtet wurde. Hier habe ich mal eins. Also jetzt sind wir beim steinernen Bühnenbau 55 vor der Zeit. Das Pompejus-Theater bot etwa 10.000 Menschen einen Sitzplatz und war Vorbild für alle Theateranlagen im Römischen Reich. Es war nach dem Amphitheater die meistbesuchte Städte der Unterhaltung. Alle größeren Städte besaßen eines. In Italien wurden 100, in Galien 60 aus Stein erbaute Theater wiederentdeckt. Der Aufbau eines Theaters. Der Zuschauerraum, KWA, bestand aus ansteigenden Sitzreihen, das sehen wir ja hier, die halbkreisförmig angelegt waren und mehrere Ausgänge, die sogenannten Vomitoria hatten. Durch Korridore, die Präzinktionis und durch Treppen, die die Zuschauerblöcke, lateinisch Cunius, der Keil, voneinander trennten, waren die einzelnen Sitzplätze zu erreichen. Der Zuschauerraum schloss oben mit einer überdachten Galerie oder einem Säulengang dem Portikus ab. Zusätzlich konnte ein Sonnensegel über den Sitzreihen angebracht werden. Senatoren oder andere hohe Regierungsmitglieder hatten stets die besten Plätze in der KWIAR. Also KWIAR ist dieses Halbrund hier, der Zuschauerraum. Das ist die KWIAR. Sie saßen entweder in der halbkreisförmigen Ebene direkt vor der Bühne, die hieß Orchestra, oder in den ersten Reihen der Tribüne. Besondere Zugänge, die Aditi Maximi, leiteten sie zu ihren Sitzen. Für die Ritter, die Equites, waren die folgenden 14 Reihen der Tribüne reserviert. Der einfache Bürger hatte die Auswahl in den übrigen Sitzreihen. Der Deus Ex Machina An den Zuschauerraum reihte sich der Bühnenkomplex. Dieser bestand aus Bühnenhaus, der Scanner und der eigentlichen Bühne, Pulpitum. Die dem Zuschauerraum zugekehrte Wand des Bühnenhauses war mit Säulen und Standbildern geschmückt. Darunter befanden sich diverse Hebe- und Versenkungsmaschinen, wie der Deus Ex Machina, der Gott aus der Maschine. Der ist noch sehr, sehr lange im Theater eingesetzt worden, noch im Mittelalter. Der trat immer dann auf, wenn die Handlung ausweglos war. Ja, hier schreibe ich es ja auch. Diese Figur wurde in der antiken Tragödie zur Lösung von Konflikten eingesetzt, die aus der Handlung heraus unlösbar waren. Das überraschende Eingreifen einer Gottheit gab dann dem Geschehen die entscheidende Wende. Also ursprünglich, in der Antike, wo wir jetzt sind, war das immer eine Gottheit. Später, im späteren Theater, im Mittelalter, noch bis in die Neuzeit, ist da der Deus Ex Machina in Theaterstücken von der Decke geschwebt. Ach, das gab es noch im 19. Jahrhundert. Ich glaube, vielleicht, ja heute, nee, ich glaube, heute wird das nicht mehr eingesetzt. Aber es war ein sehr beliebtes Stilmittel. Der Deus Ex Machina schwebte in einer kranähnlichen Hebemaschine, damals schon. Der sogenannten Theatermaschine über der Bühne oder landete auf dem Dach des Bühnenhauses. Damit wollte man die Macht der Götter in der antiken Vorstellung zum Ausdruck bringen. Nur die Bühne war zum Schutz vor Witterungseinflüssen überdacht. Garderobe und sonstige zum Theaterbetrieb notwendigen Räume befanden sich im Inneren des Bühnenhauses. Etwas kleiner in seinen Ausmaßen war das Odeum, ein überdachtes Theater für musikalische Aufführungen. In Pompeji gab es ein Odeum, das sogenannte Theatrum Tectum, erbaut zur Zeit zu Lars, mit Platz für 1300 Zuschauer. Es lag neben dem großen Theater und der Gladiatoren-Schule. In Lyon stand ein weit größeres Odeum für 3000 Menschen. In den Odeen traten nicht nur Musiker und Sänger, sondern auch Dichter auf, die hier in Lesungen der Öffentlichkeit ihre Werke vorstellten. Die Formen der Komödie In einem Theater kamen Stücke verschiedener Art zur Aufführung. Zum Ersten die Komödie. Die frühesten Formen der römischen Komödie waren Mimus und Athelane, die sogenannte Athelana Fabula. Typisch für beide Gattungen waren burleske und obszöne Inhalte, ohne dramatische Handlung. Die typischen Szenen zeigten Liebschaften, Fressorgien, Ehebrüche, abwegiges sexuelles Verhalten, das in Anführungszeichen dumme Landvolk, Schiffbruch, Mord und Betrügereien. Also die Römer haben sich dem in ihren Augen dummen Landvolk sehr überlegen gefühlt und haben darüber immer Klossen und Witze gerissen. Die Stadtbewohner der Stadt Rom, die Römer, meine ich. Ohrfeigen, Fußtritte, Prügeleien, alberne Kremassen, Verfolgungsjagden, häufig auch Stripteess-Szenen der Schauspielerinnen, vor und nach der Inszenierung, trugen zur Erheiterung des Publikums bei. Der Mimus bestand seit dem 2. Jahrhundert vor der Zeit. Die typische Sprache des Mimus bediente sich einer sprachlichen Ausgelassenheit, der Likentia Verborum, die man als Gossensprache bezeichnen könnte. Das Vokabular war direkt und volksnah, mit obszönen und derben Ausdrücken, nicht weit entfernt vom modernen Genre Sex and Crime. Beliebt war auch Mythen-Travestie, eine Parodie auf die Liebschaften von Göttern und Heroen. Also es hat nichts zu tun mit heutiger Travestie oder Travestie-Shows, sondern Mythen-Travestie ist eine Parodie auf die Liebschaften von Göttern und Heroen, also Helden. Es geht um Götter, deswegen Mythen-Travestie. Erfolgreiche Dichter dieser Richtung waren Lentulus und Hostilius. Nur ein festes Ensemble aus vier Schauspielern war nötig, um diese halb- bis einstündigen Possen auf die Bühne zu bringen. Zwei davon waren Charakterdarsteller. Zwei andere stellten die beiden Typen Stupius, etwa entsprechend dem heutigen dummen August, erkennbar am rasierten Schädel und bunten Kostüm und der Figur Parasit dar. Mal schauen. Also, ich habe einige Masken gefunden, jetzt allerdings nicht von Stupius und Parasit, sondern, also sie ist eine weibliche Maske, sieht man ja, aus dem Louvre. Alles Museumsbilder, die sind nämlich kreativ kommend und damit allgemein frei. Ja. Hier eine Schauspielerin, die ihre Maske in der Hand hält. Gefällt mir auch gut. Diese Maske, die fand ich ganz beeindruckend. Das ist aber die Schauspielermaske für die Rolle des Sklaven. Ja. Erstaunlich. Also ich dachte, das soll vielleicht einen, wir haben auch nochmal eine, Dämon darstellen oder sowas, aber das ist für die Rolle des Sklaven. Je nach finanziellen Möglichkeiten konnten noch weitere Schauspieler dazukommen. Die Mimi, also die Schauspieler des Mimus, trugen noch keine Masken, was eine noch höhere Anforderung an ihre künstlerischen Qualitäten in Mimik und Gestik stellte und in Mimus deutlich von anderen Formen der Komödie unterschied. Zu einem Mimus gehörten auch Brosa-Partien, Gesangsnummern und Tanzeinlagen. Der Mimus diente im Theater zunächst nur als Zwischenspiel, bei Aufführungen von Tragödien und Komödien, verdrängte aber allmählich alle anderen szenischen Darbietungen. Die ersten Schauspielerinnen, die Mime, gab es bei Mimus seit dem ersten Jahrhundert vor Christus. Da habe ich mal eine. Ja. Und dann hatten wir ja die schöne hier. Ja, so. Die Athelane, die sogenannte Athelana Fabula, als Form der Komödie erhielt ihren Namen daher, weil sie zum ersten Mal von Schauspielern aus der Stadt Attella in Rom aufgeführt wurde. Also Athelana Fabula, Fabula heißt Geschichte, Sage, Legende und Attelana ist einfach der Name der Stadt, Attella. Ja. Danach hat man dann die ganze Form der Komödie benannt. Das Ensemble bestand auch hier aus vier feststehenden Charakteren, die aber im Unterschied zu Mimus Masken trugen. Jetzt kommen die Masken. Markus, der Dümmling. Tja, also wie gesagt, leider habe ich da speziell keine Maske gefunden, habe es hier gesucht. Markus, der Dümmling mit seiner Hakennase, das ist eine andere Maske hier, ne? Hat ja keine Hakennase. Also Markus, der Dümmling mit seiner Hakennase, dem Kahlkopf, dem halb geöffneten Mund, mit nur noch wenigen Zähnen und seinem stupiden Gesichtsausdruck, er wird von den anderen immer wieder bedrogen und verspottet. Nicht viel klüger ist Bucco, von Lateinisch Bucca die Backe. Er ist ein fülliger und pausbäckiger Maulheld und muss deshalb häufig zur Belustigung des Publikums Ohrfeigen einstecken. Mandukus, der Fresser, zeichnet sich durch Vergesslichkeit, aber auch durch eine gewisse Bauernschleue aus. Ja. Das ist eine Schauspielerdarstellung auf einer Vase eben. Auch Pappus, ein lüsterner und geiziger Greis, ist nicht viel klüger als seine Kumpane. Da dachte ich, möglicherweise, das ist auch eine sehr obszöne Rolle mal auf jeden Fall, das könnte vielleicht eine Pappus-Darstellung sein. Der trägt also extra eine sehr kurze Tunika. Also Pappus ist ein lüsterner und geiziger Greis. Und auch nicht viel klüger als seine Kumpane. Wie bei Mimus ist auch die Sprache der Athelane durch Derbheit und Obszönitäten geprägt. Das ist der Schauspieler Papo Silenus. Papo Silenus. Und der spielt hier einen Satür. Auch eine Statue aus dem Luwe. Papo Silenus heißt der. Das ist überliefert sogar. So, wie bei Mimus ist auch die Sprache der Athelane durch Derbheit und Obszönitäten geprägt. Dazu kommt wildes Gestikulieren, um alles ins Lächerliche zu ziehen. Themen der Athelane sind häufig Alltagssituationen. Die verschiedenen Charaktere schlüpfen in die unterschiedlichsten Berufe. Auf dem Programm stehen aber auch erotische Inhalte und familiäre Ereignisse wie Hochzeiten oder Todesfälle mit Streitigkeiten um das Erbe. Wie bei Mimus ist auch hier die Mythen-Travestie sehr beliebt. Also die Darstellung von Streitigkeiten zwischen Göttern oder zwischen Heroen-Helden. Das ist die Mythen-Travestie. Nach der Blütezeit zwischen 100 und 80 vor der Zeit nahm die Beliebtheit der Athelane allmählich ab, während der Mimus immer beliebter wurde. Seit dem zweiten Jahrhundert nach der Zeit vermischten sich die beiden Lustspieltypen immer mehr miteinander. Schließlich ging die Athelane endgültig im Mimus auf. Die Fabula Paliata, also die Komödie im griechischen Gewand von griechisch Palium der Mantel, die existierte seit dem dritten Jahrhundert vor der Zeit, die Fabula Paliata, war eine Komödie nach griechischem Vorbild. Hier habe ich, das ist ein griechischer Schauspieler, und zwar der griechische Schauspieler Oiaon. Oder Oiaon. Ja, Oiaon. Also altgriechisch kann ich keins. Oiaon, würde ich da mal sagen. Der spielt hier den Perseus mit der Flügelkappe, ganz typisch für die Rolle. Ja, und in der Inschrift auf dieser, ist glaube ich auch eine Vase, ja, auch Lufre wieder, steht, dass er besonders schön gewesen sein soll. Schön auch die Flügelchen an den Beinen, die er da hat. Das gehört alles zur Rolle Perseus. Ja, so, äh, die, Moment, wo war ich jetzt? Ja, genau. Also die Fabula Paliata, die Komödie nach griechischem Vorbild. Dabei wurden Stücke der neuen attischen Komödie einfach in die lateinische Sprache übersetzt und dem Geschmack des römischen Publikums entsprechend verändert. Erhalten blieben jedoch griechische Schauplätze mit griechischen Themen. Die Fabula Paliata war der künstlerische Höhepunkt des römischen Theaters. Eine Sonderform ist die Fabula Togata, Komödie im römischen Gewand, von lateinisch Toga, der Mantel. Hier wurden Handlungsort und Thema auf italisches Gebiet verlegt. Tragödie und Pantomimus Die römische Tragödie orientierte sich am griechischen Kunstdrama, stellte jedoch eine römische Sonderform dar, in der die Schauspieler in der purpur gesäumten Toga Prätexta als römische Helden auftraten. Die Fabula Prätexta war dann die Tragödie im römischen Staatsgewand. Nicht zu verwechseln mit der Fabula Togata, der Komödie im römischen Gewand. Also das war einfach eine Übertragung von griechischen Theaterstücken in lateinische Sprache, die Fabula Togata. Und hier jetzt die Fabula Prätexta, also etwas grobener. Das griechische Kunstdrama umgewandelt in die römische Tragödie. So, die traditionelle Tragödie nach griechischem Vorbild wurde in der Kaiserzeit als fremd- und altmodisch empfunden. Ein Eindruck, der durch die eigentümliche Kostümierung und die grimmigen und hässlichen Masken mit großen Mündern entstand. Also vielleicht gehört ja das in so eine Fabula Prätexta. Also ich fand die interessant, eigentlich ist sie ja hässlich, diese Maske. Das ist schon richtig. Die grimmigen und hässlichen Masken mit großen Mündern. Ja, das passt. Die anspruchsvollen, mehrstündigen Dramen waren außerdem keine leichte Kost. Und daher durch die Konkurrenz von volksnahen Veranstaltungen wie Gladiatorenkämpfe, Wagenrennen und die volkstümliche, leichtere Komödie einfach zu verdrängen. Um weiterhin konkurrenzfähig zu bleiben, setzte die Tragödie auf eine unwahrscheinlich reiche Ausstattung, um das Publikum anzulocken. Pferde und Wagen und sogar ganze Schiffe tauchten auf der Bühne auf, sodass der Schwerpunkt immer mehr vom Inhalt auf den Schaugenuss verlagert wurde. Diese Effekte verschlangen jedoch hohe Summen. Dabei ist es nicht erstaunlich, dass die klassische Tragödie um 50 nach der Zeit völlig aus den Theaterprogrammen Roms verschwand. Das sind eigentlich die Bachien, was hier dargestellt wird. Die Bachien sind Theateraufführungen zu Ehren des Gottes Bacchus. Das war der römische Gott des Weines. Der liegt hier auf diesem Ruhebett mit dem Trinkhorn in der Hand. Das ist eine Sonderform des Theaters. Der hält hier auch eine Maske in der Hand. Der zweite von links hier. Im Jahr 22 vor der Zeit führte der Schauspieler Pylades eine entscheidende Änderung durch, indem er bei der Tragödie den Vortrag von der Bewegung trennte und damit die noch heute übliche Pantomime erfand. Die ist also von Pylades 22 vor der Zeit in Rom erfunden worden. Ein einziger, jeweils anders maskierter und kostümierter Schauspieler, der alle Rollen übernahm, spielte einen historischen oder mythologischen Stoff, der mit viel Blut und Dramatik gewürzt war. Dabei sprach er kein Wort. Pantomimus bedeutet wörtlich übersetzt der alles nachahmt. So dabei sprach er kein Wort, sondern wurde von einem Chor, zu dessen Erzählung der Pantomime gleichsam tanzte und einem Orchester begleitet. Daher wurde diese Form der Darstellung auch Saltare, Tanzen, genannt. Um keine Langeweile aufkommen zu lassen, folgte ein Höhepunkt dem anderen. Die ursprünglich langen Dialoge der Tragödie wurden radikal zusammengekürzt und langweilige Passagen ganz gestrichen. Übrig blieben eine Reihe von Szenen voller dramatischer Spannung und höchsten Emotionen. Die vorgetragenen Lieder, die Kantika, wurden allmählich zu Volksliedern. Die Schauspieler, Stars wie heute. Die Ensembles setzten sich nicht aus römischen, sondern zumeist aus Bürgern fremder Städte, aus Sklaven oder Freigelassenen zusammen. Es waren Personen, die entweder gar keine oder nur teilweise die römischen Bürgerrechte besaßen. Aufgrund der Herkunft der Schauspieler und des teilweise obszönen Inhalts der Bühnenstücke, war der Schauspielberuf allgemein nicht besonders angesehen. Beamte durften sie jederzeit und überall züchtigen lassen. Diese alte Regelung wurde erst von Augustus etwas gemildert. Kaiser Augustus. Künftig durften die Züchtigungen nur noch während der Spielzeiten und innerhalb des Theaters stattfinden. Trotzdem kam es teilweise zu großer, vereinzelt sogar fanatischer Bewunderung von einzelnen Schauspielern. Manchmal wurde ein Mime sogar durch Verleihung des Bürgerrechts, durch eine Statue, eine Inschrift oder einen hohen Geldbetrag besonders ausgezeichnet. Das haben wir ja hier bei ihm, das ist ja Papo Silenus, der den Satyr spielt. Das zeigt also diesen Schauspieler, nicht irgendeinen, sondern diesen. Das ist ja eine Statue. Also manchmal wurde ein Mime sogar durch Verleihung des Bürgerrechts, durch eine Statue, wie hier, eine Inschrift, die hat die Statue auch, sonst wüsste man hier nicht, wer es ist, ja, oder einen hohen Geldbetrag besonders ausgezeichnet. Um kaiserzeitliche Pantomimen-Darsteller, die sich konkurrenzlos in ihren solistischen Auftritten vor einem großen Publikum profilieren konnten, gab es manchmal einen richtigen Starkult. Ein guter Pantomime konnte Höchstgagen verlangen und bekam sie auch. Pylades, der Erfinder des Pantomimus, ließ sich so teuer bezahlen, dass er im Alter selbst Schauspiele veranstalten und den künstlerischen Nachwuchs fördern konnte. Erst Marc Aurel zog die Bremse, indem er die Gagen der Schauspieler begrenzte. Die großen Pantomimen-Darsteller waren richtige Stars im heutigen Sinne, die selbst in höchsten Kreisen beliebt waren. Das gilt besonders für die Pantomimen, weil diese Kunst als ernster und anspruchsvoller galt und deshalb in den höheren Ständen angesehener war als der Mimus, der wiederum seine größte Anhängerschaft aus den unteren Schichten bezog. Wir haben ja in Rom eine Ständegesellschaft, also das kann man kaum anders formulieren. Das Publikum war allerdings bei allen Aufführungen gemischt. Zuweilen schlugen die Schauspieler aber auch wirklich heftig über die Stränge, sodass sich Tiberius 23 nach der Zeit veranlasst sah, sämtliche Pantomimen aus Rom zu verweisen, weil es zu Unruhen gekommen war. Sein Nachfolger Kaiser Caligula, der selbst ein begeisterter Pantomimen-Tänzer war, Kaiser Caligula, holte die Künstler aber schnellstens wieder zurück. Theaterskandale Also einen Theaterskandal kann ich leider nicht zeigen. Ach, das hier hatten wir noch gar nicht. Das ist ein Schauspieler in der Rolle eines Sklaven, der eine Geldbörse gestohlen hat und auf einem Altar sitzt und sich den Inhalt ansieht. Hm. Ja, so, Theaterskandale. Bei Theateraufführungen kam es nicht selten zu Aggressionen und Schlägereien zwischen den Anhängern verschiedener Schauspieler. Oft wurden Zuschauer durch fliegende Steine verletzt. Also das kann man sich nicht so vorstellen wie heutige Opernaufführungen oder überhaupt Aufführungen im heutigen Theater. Also ich erzähle es dir ja gerade, was das los war. Aggressionen, Schlägereien, die Steine sind geflogen. Also da ging es so richtig rund im römischen Theater. Grund dieser Theaterskandale war die Bildung von regelrechten Fanclubs, die ihren jeweiligen Favoriten lautstark anfeuerten. Nero engagierte, Kaiser Nero, Nero engagierte für seine eigenen Aufführungen große Gruppen von Beifallsklatschern, die ihm Applaus spenden und ihn bei seinem Gesang unterstützen sollten, damit er sich nicht blamierte. Ja, das haben wir ja heute noch in RTL-Shows. Da wird dann ein Schild hochgehalten, Applaus, und die im Publikum sitzen, die werden bezahlt. Also ich habe das selbst als Studentin, war ich Komparsin, mal als Job gemacht. Saß ich dann im Zuschauerraum, da wurde ein Schild hochgehalten, Applaus, und dann haben die Komparsen alle geklatscht. Also das hat Nero schon so eingeführt damals. Besonders bei Frauen waren die Pantomimen sehr beliebt. Wer es sich leisten konnte, unterhielt sein eigenes Schauspielerensemble sowie Umidia Quadratilla, eine reiche Dame aus bester Familie, die um 110 nach der Zeit starb. Die hatte ein eigenes Schauspielerensemble eben. Viele verheiratete Frauen aus höheren Schichten hatten Affären mit Schauspielern. Einer dieser bewunderten Pantomimen war der schöne und skandalumwitterte M. Nesta. Also da schreibt sich Martha, Nordpol, Emi, Siegfried, Theodor, Emil, Richard. Ein Wort, M. Nesta. Das kann man nicht anders aussprechen. M. Nesta. Caligula hatte ein homosexuelles Verhältnis mit ihm, das er auch in aller Öffentlichkeit auslebte. Daneben hatte M. Nesta aber auch insgeheim mehrere Beziehungen zu verheirateten Frauen aus der Oberschicht. Unter anderem zu Popeia Sabina nach Tacitus, die schönste Frau von Rom, mit der er sich nachts heimlich im Haus eines Mitwissenden traf. Tacitus, römischer Geschichtsschreiber. Zur Zeit Domitians, römischer Kaiser, lebte der ähnlich skandalöse Pantomime Paris, der ein Verhältnis mit der Kaiserin eingegangen war. Domitian ließ ihn daraufhin 83 nach der Zeit auf offener Straße ermorden. Als seine Anhänger spontan Blumen und Wohlgerüche am Ort seines Todes verteilten, drohte der Kaiser damit, auch sie hinzurichten. Er blieb jedoch machtlos gegen eine Grabinschrift, die Martial zu Ehren des toten Künstlers verfasste. Die Ludi Publiki, also die öffentlichen Spiele, waren Bestandteil des römischen Veranstaltungskalenders und wurden an feststehenden Feiertagen veranstaltet. Finanziert wurden die Aufführungen von Kaisern oder reichen Beamten. Von den zur Zeit von Augustus 77 regulären Schauspieltagen des Festkalenders waren 56 für Bühnenaufführungen im Theater reserviert. Die Zahl der Festtage nahm aber immer mehr zu, sodass in der Mitte des vierten Jahrhunderts nach der Zeit von 176 Festtagen 102 dem Theater zufielen. Also da gab es sehr, sehr, sehr viele Aufführungen. Grund hierfür war vor allem der relativ geringe finanzielle Aufwand einer Theateraufführung im Vergleich zu den astronomischen Summen, die Tierhetzen und Gladiatorenkämpfe verschlangen. Ja, liebe Freunde, da sind wir auch schon am Ende meines kleinen Vortrages. Habe ich euch alle Bilder gezeigt? Ja. Gut, so sehr viele waren es auch nicht. also das sind alles Kreativ Cummins Bilder. Ihr wisst ja, der Upload Filter. Und da gibt es aber auch sehr schöne, also es gibt sogar Zeitschriften, die Kreativ Cummins Bilder abdrucken, weil die eben nichts kosten. So ist es nicht. Und das waren jetzt überwiegend Darstellungen aus dem Louvre. Ja. Das ist nochmal der griechische Schauspieler Oyaon in der Rolle von Perseus. Gefällt mir so gut das Bild. Ja. Der war sicher sehr talentiert. Ja. So, dann hoffe ich, ihr habt bis hierher durchgehalten. Wie lange sind wir? 35 Minuten und 39 Sekunden. Dann spreche ich jetzt ein bisschen schneller. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ich freue mich wie immer über ein Däumchen hoch und über neue Abonnenten natürlich. Und schreibt doch mal in die Kommentare, ob das so war, wie ihr euch das römische Theater vorgestellt habt. Oder ob ihr euch das ganz groben und elitär gedacht hattet. Ja, könnte ja sein, so wie es heute zum Teil ist. Schon allein aufgrund der Eintrittsgelder. Ja, gibt auch kleine unsubventionierte Theater, da war ich dann immer drin, die kriegen keine Gelder vom Staat. Ja, das ist nicht ganz so teuer. So, naja. Dann bis zum nächsten Mal, eure Silbenfee.